und ein herzliches willkommen zurück zur weiteren kampf bei pokémon technics auf nintendo switch zwei kämpfe bleiben uns noch offen in der aufstiegsrunde die wir beide leider noch gewinnen müssen also von daher wird knapp schauen wir mal wer als gegner kommt das gleich so der nächste kämpfer ist gefunden bestimmt ich muss ich habe nur zwei chancen um aufzusteigen ich darf keinen mehr verlieren jetzt gehe ich b2 das ist so unfair hallo ich will dann noch gruppe c4 aufsteigen gibt mir gruppe c4 um mich quasi wirklich zu erreichen für gruppe c4 und das war's muss es doch jetzt so was sein jetzt ich komme gar nicht zum angreifen was soll der miss alter ach ja das gibt es noch nicht ich drücke es so cool ist schlimm jetzt lädt sie auf lasst mich doch mal drüber fliegen das kann doch nicht schwar sein die war fertig mit limitzustand bekommen weißt du und mein strahl war noch da und trotzdem hat sie keinen schaden bekommen das packt ab jetzt hat sie es mir versaut gut fight trotzdem und ja irgendwie war es ja klar dass das ist nichts wird hier okay danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten kampf wieder zurück hier bei pokémon technik auf nintendo switch mit mir von youtube als hobby bis dann tschüss